Hier packt doch einer! Irgendwo durch die fucking Wand! Ich seh' ihn doch! Tatsächlich. Wer ist denn das? Das ist... Mary. Ja, Mary. Oh nein, Patrick, nicht schon wieder. Sascha ein... Was? Ich war praktisch gesagt so hinter einem Safe-Raum? Dieses Psychospielen die ganze Zeit zu hören... Komm, spring da runter und stirb. Kann nicht sterben, ich bin unbesiegbar. Bist'n du gelahmt? Das ist mich ja eben passiert. Jetzt weißt du auch, wie du da hochkommst. Ja. Hä? Was? Nicht springen drücken. Ja, normalerweise springt er doch so da hoch. Im Ernst? In der Garage? Mach da DOR zu! Los, ich geb dir ne Chance. Lauf! Dicht in deine Arme! Lauf! Lauf! Lauf, Sascha! Sascha, lauf! Lauf doch! Du bist hier. Du bist so schlecht, Sascha! Lauf, Sascha! Sascha, lauf! Sascha! Ich bin hinter dir! Er hat festgegangen, das ist deine Chance! Du hast Zeit gewonnen! Er klebt dir am Arsch! Sascha! Sascha! Sarkorrekt! Nein! Oh, Sascha! Kann ich da eigentlich früher rein? Nein. Brauch mal die offensichtlichen Stellen, wo sie total bedeppert aussehen, aber doch Wahrheit nicht sind. Wie oben hinter der Kiste? So in einer gewissen Art. Warum kann man keine Möbel verrücken? Nicht steppen, Schiff drücken! Du bist die erste Verteidigung. Ich verpiss mich dann mal. Das ist mein Versteck, nicht deins! Das ist mein Versteck, nicht deins! Boah! Nein! Nein, ihr Süßen! Jetzt komm ich hoch! Jetzt komm ich hoch! Nein! Nein! Eins, zwei! Patrick, komm vorbei! Drei, vier, läuft bei mir vorbei! Ja, du bist mir egal, ich will mir die anderen zwei erstmals nennen. Oh oh, hat hier einer gesmoket? Was? Oh, Sascha! Ich komme! Sascha! Ich bin hinter dir! Na schon wieder, Alter! Ja! Renn! Renn! Renn um dein Leben! Renn, ist er hinter dir? Ja! Ja, ist er! Dann leck mich! Wie konntest du die Tür zu machen, dann konntest du hier hinbekommen? Sascha! Mach bitte! Renn, ich hab Angst! Rette mich! Nein! Was scheiße, wenn dann einer hinterherläuft? So, jetzt kümmere ich mich mal um den Mischan. Den war ich auch irgendwo. Mary, da fühlst du dich wohl, ne? Was denk ich? Mary fühlt sich da, wo sie ist? Richtig wohl! Ich war! Sascha, wie ist das so als einziger zuzuschauen? Amüsant! Hallo! Hi! Weißt du, wie schön du das wirklich vor dem springst, Alter? Ja, das war nice, oder? Hm, dann weiß ich, wo er ist. Äh, im Kühlschrank? Ja. Ah, ich wusste! Du kommst mir nicht davon. Glaub mich, ja! Nein, Micha ist tot! Wursa, Wursa, ich seh nix durch. Ich heiß Smoke. Smoke rettet euch echt noch den fucking Arsch. Außer mir. Ja, außer dir. Am Ende steht er so hinter mir und sagt Lauf. Lauf. Ich würd weggehen. Lauf! 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 Ich hab nicht umsonst gesagt, Lauf! Ich hab nicht umsonst gesagt, Lauf! Hä, muss ja jetzt hin, jetzt hab ich die Verbeugung verloren. Ich muss Zeit gewinnen! Du bist doch hier unten auf dem... Hallo! Lauf! 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 So, Mary ist die Letzte! Mary ist die Letzte! Nein! So! Jetzt weiß ich auch, was ihr gemeint habt. Und klar... Mary? Willst du aus dem Geld vielleicht rauskommen? Lauf! Da ist kein Ausgang mehr! Lauf! Er blockiert den Ausgang! Kleine Info! Renn nicht durch! Er tötet dich! Renn! 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 Die rennt weg! Sie rennt weg! Du hörst es ja! Sie rennt weg! Die war hinter mir! ALTER! Die Smoke gibt mir Haaren auf den Sack, Mary! Verstehst du mich jetzt endlich? Sie rennt raus! Sie rennt raus! Los, los, los! Hinterher! Los! Ah! Ich finde es selber nicht mehr raus! So Mary, kannst rauskommen! Die Tür ist auf! Nein! Achtung, geht das hier! Ich hab keine Ahnung! Oh, da ist das Geld! Scheiße! Das ist falsch! Das! Ich hab sie gesehen! Ähm! No! Mary, lau! Das ist echt gute Herztherapie! Mary! Ist noch was falsch, Mary? Warum? Schau mal, dass wir das in das normale CS einfügen! Mary! Das sind alle Scheiße übrigens! Mary! Ansonsten wäre es aber echt zu schnell! Halte noch eine Minute aus! Halte knapp über eine Minute aus! Ich werde immer schneller, das wisst ihr schon! Ihr wisst was? Ja, tatsache! Guck mal, wie schnell ich hinter Mary jetzt bin! Ich hab die gleich eingeholt! Mary, lebe wohl! Mary, mach die Tür zu! Nein! Ah! Es bringt nichts, wenn er nicht mehr rauskommt! Ich um Witzel! Er Home, ha, ha. Als nächstes zu smokingern! Der soll da nicht mehr rauskommt! Es bringt nichts zu smokingern! Ich kann ja nicht sehen, wo ihr seid! Einfach alles zu-smoken! Das schön ist! Ich kann aber durch die Decke schauen! Es bringt nichts, wenn er nicht mehr drautzt, Verdammt nochmal, ich kann euch so oder so nicht sehen. Ich kann mir denken wo er sein könnte. Oh oh, Sascha lauf. Lauf lauf. Oh mein Gott, du! Oh, der hat jetzt lange gebraucht, du hast Zeit genug. Oh, Sascha, jetzt hast du dich verraten. Hallo. Ist ein Direkt hinter mir? Ja, lauf. Warum immer ich? Oh, Sascha, der sieht dich. So gut. Weißt schon, du hättest ruhig in der Smoke stehen bleiben können. Oh, Sascha, der ist hinter dir. Oh, Sascha. Er hat dich verloren, er hat dich verloren, Sascha, lauf. Ich hab dich selber verloren. Oh, Sascha, der hat dich steppen gehört. Ja, ja, ich weiß genau, wo er steht. Komm ruhig raus aus dem Haus. Warum ich hab so Angst? Ganz kalt. Ah, wunderbare Psycho-Spielchen, die mag ich. Erst recht mit dieser Stimme, Alter. Nein, das mach ich jetzt nicht. Ich find's einfach krass, dass ich ihm entkommen bin. Dann waren die guten Smokes, in denen du dich selbst verloren hast. Jetzt weiß ich aber zumindest, wo ich mir denken sollte, dass er sein könnte. Wo denn? Die Smokes war gut, Sascha, die war echt gut. Der hat die Kontrolle, Malu, du hast es geschafft. Mach zu. Du bist im Entkommen. Fuck. Okay, du steppst zu laut, er sieht dich. Oh mein Gott. Hallo. Oh nein. Gewellt. 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 Da kommst du mit rein. Da kommst du mit rein. Wenn du jetzt das Außentür auf bist, weiß ich noch nicht. Bitte geh weg. Bitte geh weg. Oh mein Gott. 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 Oh, wie lucky. Schnell. Oh der war krass hinter dir Oh Sascha jetzt lauf Ist er wieder hinter mir? Ja ne Minute dann schaffst du komm Oh mein Gott Sascha oh der ist hängen geblieben Sascha er hängt er hängt fest Ich bin voll zitternd Nein Alter dieses psychische Spiel ich bin voll am zitternd Ich war so unzitternd ich hab die Smoke nicht mehr richtig ausgewählt bekommen Alter Alter war das im psychospiel Boah das war gut ey Oh Heftigstes psychische Spiel in my life Ich glaube gut Ich bin voll zitternd